Willkommen zu dem weiteren Part von Let's Play Sonic Worlds. Das letzte Mal haben wir Quasity angefangen und machen das auch in diesem Part fertig. Wir haben noch 3 Missionen vor uns. Die Zeit... äh die Zeit Mission, alles klar. Die Egg Boss Mission. Ich bin doch ein dämliches... Die Roboter Mission. Dann die Ring Mission. Und dann nochmal die No Death Mission. So, jetzt habe ich es wieder. Alter, meine Intelligenz. Das ist so schön unterm Nullquotient. Es ist einfach nur noch traurig, dass ich so eine ätzliche Intelligenz habe. Mann. Ich bin noch dümmer als Elbe Drache und das ist schon schlimm. Ich habe Elbe Drache, weil die mich dafür aussagen und sagen... Ne, ich bin dümmer als du. Du darfst das überhaupten, aber... Ja. Wenn du mich abknallst, ey. Ich hätte dir Säune reingeboxt. Ich schwöre, dann wärst du nie wieder aufgestanden. Ich hätte mich angeschossen. Dann denk mal, was ist mal los. Und ich wundere, wenn irgendwas von draußen abgeht. Es ist einfach noch... Es ist nur noch ein paar Monate so. Also... Ich sage es mal so, noch zwei Monate, bis wir damit klarkommen, dass es so ist. Und dann ändert sich das schlagartig. Einfach einmal so, dann kommt was Bessiges. Etwas, womit ich bestimmt nie gerechnen würde, dass es passieren würde. Es dauert aber nur noch ein paar Monate, bis es so weit ist. Also, ja. Seid schon mal gespannt, was ich damit meine. Ist eine coole Sache dann. Was passieren wird, wenn es dann... Was ist das... Noch... Ist alles erstmal am Werken hier. Wow. Haben wir hier zwei Vollidioten auf 12 Uhr. Auf dem Fall. Ich kann da oben gehen. Die sind auch. 1, 2, 3. Hallo. Gegner. Was haben wir hier? Noch mehr. Ich bin im Gegnerparadies. Die haben wir erledigt. Also sind wir eigentlich gut dran. Ja. Was darf es jetzt? Waffen oder was? Ne. Vergesst was gesagt. Das vergesst es einfach. Gehen wir also weiter. Nichts. Hier. Jetzt geht es runter. Ich merke, dass die Zahl wackelt, wenn ich irgendwo ran bambe. Das ist cool. Ich nenne es einen coolen Effekt. Einfach weil es cool ist und so. Hahaha. Was cool ist. Hier muss man jetzt mal ran. Hier gehe ich alleine weiter hoch. Ja. Ist hier einer? Ne. Hier ist. Nur eine Plattform ey. Ich fühle mich so verarscht. Ich hatte Schiss davor. So. Hier. Hier ist einer. Jetzt kommt der Gegner. Hi. Yeah. Alter ausgerottet. Hm. So gefällt es mir. So macht das Spaß. So. Da 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 da. Da da da. Hier ist ein Gegner. Hallo. Hier ist ein Gegner. 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 Hier ist der Gegner. 1 Oh, nochmal 2 von dem Fallidion Ui Ui Ne, nur Interesse Jetzt müsste ich gucken Erstmal unten aufräumen Ja Das kann man auch lang Das ist eigentlich so dann Ja, verstehe Intelligenz Unter 0 Quotient Noch 12 Gegner to go Wir sind fast fertig Ich habe noch hier einen Wurm Das war der letzte Wurm Ich glaube Ganti hat nochmal die Stage normal anstarten müssen Weil ich Stimmsinne mich alle ab Ich konnte aber da noch nicht rumliegen 4 to go Und meine Zeit läuft ab Ich werde einfach in diesem Part nur noch die beiden Missionen machen Dann Egal wie lange das auch dauern mag Ich will einfach nur Dass es einfach vorbei ist Oh, nächste Runde Here we go Holen wir uns die Gegner 1 bis 4 Das darf doch nicht ewig dauern Es ist nur noch ein Gegner Die Frage ist, wo der ist Na gut, ich habe eine Ahnung, wo einer ist Ja Esran Yeah Es gibt zwei Emblems dafür Für diesen Erfolg Ich habe es lange noch nicht privat Wir haben es auch bei Emblems zu sammeln Weil ich will einfach rechnen, was ich Eingesagt habe in dem Let's Play Und Das dann gegenüberstellen mit denen Die ich mir noch auscreen geholt habe Um zu schauen, wie gut ich eigentlich war in so einem Quirt Dann könnt ihr es mal let's playen Und selber sagen, wie gut wart ihr Dann habt ihr es auch geschafft Oder Ja Eher nicht Wäre mal interessant So blöd, weil ich die Worst Cave nicht habe Aber Worst Cave Is the worst It's the worst Auch 200 Ränge, das haben wir gleich Das dauert nicht lange Wir hatten ja schon 200 Ränge gehabt In dem Level Die haben wir auf jeden Fall schon So Haben wir schon mal 20 Hier haben wir unsere zwei Glocken Ich habe dich schon mal ausgenockt Danke für die Ränge Sind schon mal 51 Das ist schon mal ein Viertel Dann das Dies Den erledigen Gut, der ist raus Damit hält mir erstmal Ruhe Weil wenn der noch am Leben wäre Der würde mich nur auf den Sack gehen Und das ist mein Problem Aber wir haben schon mal Wir haben schon fast die Hälfte WTF Das geht zu gut hier Seht doch mal selbst Wir haben schon fast ein Viertel zusammen Ja, ein Viertel Wir haben fast die Hälfte Jetzt habe ich die Hälfte zusammen Ich weiß nicht, was ich sagen soll Deswegen ist gerade So meine Sätze so richtig für den Arsch Hier haben wir fünf Fahrerringe Die nehmen wir als erstes Ah Da kommt man hin Und Ey Ne Betrug Warum habe ich ein Schild damals verloren Ich in der Frage Nix mehr Weil in der Fragen Ist Dumm Eine sehr dumme Sache Ich versuche es jetzt irgendwie nochmal Wieso bin ich einfach nur so ein Vollidiot Ich verstehe es, ne Aber ey Wir haben es doch schon so gut hingekriegt Und dann Wir haben es Wir waren so gut Und dann so Kommt so ein hässlicher Wurm in die Ass Und Macht uns hier die Das Leben zur Hölle Ja Wenn du runter Springst Glock Ich schwör's Du wärst dafür Verreckt Danke für deine Ringe Sind sogar etwas mehr Als beim letzten Run Ob das ein Zeichen ist Das werden wir noch erfahren Aber den Schild Baile ich jetzt diesmal Ich glaube wir haben den Durch so ein Drecksvieh verloren Ne Jetzt habe ich einen Spike Wieso bin ich so dumm Und Fall denn in den Spike Ich als Profi Sonic Spieler Darf überhaupt nicht in einen Spike fallen Nein Überhaupt nicht Das ist schon Ne Mir fällt keine Wort ein Da kommen die Spikes Da kommen die Flatterviecher des Todes Jetzt da rüber Yeah Geht doch schon mal gut Ringe 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 Lalalala Die Musik Hat sie noch in sich Jetzt töte die Menschen nicht Und vor allem Ich habe jetzt Drei Verte Was will man mehr Ne Die nehmen wir mit No matter what happens Gut Jetzt ist Der jetzt dran Gibt es hier sicher Hinüber zu bringen Ach nein Das war jetzt mein Urteil Das war mein Todes Urteil Aber wir können jetzt mal Folgendes machen Wir haben ja gesehen Ich zeige nochmal die Message Geschafft Geschafft Es ist wrong Es rank Guarantee Okay Wir haben zwei Emblems Und können die Last Mission Mal ein Speedrun Vorderhin Alles was mir vor die Schnauze kommt Um einfach mal Einen richtigen Score einzudägen Und Und Genial Und go Go Das sieht doch schon mal gut aus Hell yeah Du auch Denkst du mir cool, weil du ein Wurm bist Bist du ein Wurm Mein Satz ist total total normal Denkst du, dass du cool bist, weil du ein Wurm bist, hä? Nee, bist du nicht Alter, wieso gehen meine Sitze total in den Arsch Ich verstehe jetzt nicht Ich muss ja irgendwie heute irgendwas Pfeiches gegessen haben Ich hatte so keinen Mittag Und heb Auch Ich weiß, da unten ist ein cool Stuff, aber ich will kein cool Stuff Ich will da hin Der Mann sieht schon mal sehr gut aus Der Mann sieht sehr gut aus Das sieht zu gut aus Seht's wahrscheinlich an Na dann Rasen wir mal Hier kommt es mir ab Da lang Da lang Perfekt Du kleineren Klauer Du Arschgesicht Die kleinen Arschgesichter Danke fürs Leben Und weiter Hell ja, hell ja, hell ja Mir fällt gerade nichts eins, was ich sagen könnte Ich versuche gerade irgendwie ohne Death Durchzukommen Und boah Der Fass ist nicht mehr gelogen Ich habe jetzt nicht mehr gewechselt Ich habe gerade richtig Schiss, dass ich sterben würde Ohne Scheiß Das ist Sonic World Aber meine Zeit sieht schon mal gut aus Jetzt muss ich nur noch mehr Punkten kommen Was ich mit Sonic World machen wollte Keine Ahnung Ich kann nicht driften, aber Hat nicht so wirklich funktioniert Let's go Yeah Wie ist es gehört Go over Nein Tausend Yeah Und weiter Radical 1, 2, 3, 4, 5 Wir haben eine Combo Wow Wow Coole Bremse übrigens Jetzt da lang Da lang Wow Einmal ausweichen Was Einfach nur gefährlich aussehen können Und geschafft Restort Esran Fuck yeah So Wir haben Esran Was wollt ihr Jetzt bleiben bleiben Wow Wir waren echt erfolgreich Gamma Beta Gamer Did you cheat No Ich hab einfach nur zu viel Skill Und ja Und ja Das wär's auch schon für diesen Part Im nächsten Part machen wir weiter mit Was ist die nächste Zone eigentlich Metal Aber ich hoffe die ist zu gut wie sie jetzt sein soll Weil Ich hab das in irgendeinem gespielt Ach das war so ein Cutie Jetzt weiß ich wieder Und das Ding war verpacktes Fuck Und das hätte man gar nicht schaffen können Deswegen Ich hoffe dass es diesmal besser läuft Und dann Kommentar werden nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Bis dann Und ja Emerald Kommt schwul Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann